Oh Gott, nein. Okay, ich liege. Ich liege. Drei und vier. Hopp. Eins und... Ja, oh oh. Okay, ich gehe doch lieber hier hinten lang. Na dann, was machst du denn da? Und was suchst du? Oh, Paketbote. So, da bin ich wieder. Zeit ist dementsprechend gelaufen. Aber, ne, ich habe jetzt ein Weihnachtsgeschenk mehr, was ich später aufmache. Okay, vier. Eins. Und vor allem dann meint der Paketbote noch so, weil ich höre es so auf der Treppe so rumpeln und ich dann so... Ihm ist aber nicht gerade mein Paket runtergefallen. Nee, das war das der Nachbarin. Äh, na okay. Danke. So, warte. Genau, rutsch mal da näher ran, damit ich jetzt zwei und vier drücken kann. Und jetzt zwei. Genau. Na, war doch richtig. Fall! So, ist gut. So, eins. Ich hoffe, du fällst jetzt nicht. Nein. Äh. Achso, jetzt kann ich vier drücken. Och, du Scheiße. Nein, 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 nein! Fußboden, Fußboden! Harte! Vier! Zwei. Ich komme nicht weg. Ich komme... Oh, Scheiße. Vier. Ach, das wird doch nichts. Drei. Ne? Vier. Naja, das klappt nicht. Zwei. Und Fußboden. Natürlich. So, drei. Zwei. Ach, ich komme hier doch nie hoch. Vier. Alles außer der Nummer, die ich wollte. Super. So, vier. Nein, zwei. Oh gut, ich bin wieder hier. In meinem Revier vom... Von dieser tollen Kante. Äh. Eins. Drei. Ah! Oh, oh, oh! Nicht übermütig werden hier. Nicht übermütig werden. Immer schön langsam mit den Jungen fähren. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. So, und? Vier. Genau davor hatte ich nämlich Angst. Und lass dich langsam, ja, langsam fallen. Okay, zwei. Na. Okay, nochmal. Zwei. Und jetzt schön langsam, ja. Okay, so stehst du gut. Na, Fall. Ach so, ist Raufhaser. Verstehe, ist Raufhaser. Oh! Junge, man könnte meinen, du seist festgepappt. So. Vier. Ist aber echt so. Hier geht's irgendwie schwieriger voran. Zwei. Oh! Oh, schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Oh, oh, Scheiße. Geh wieder zurück. Ja, gut. Nochmal. Zwei. Ja, 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 so ist gut. Eins. Na komm. So, drei. Oh, ey. Gehst mir aber auch auf den Keks. Ah, nein! Nein! Vier. Oh. Eins. Und hoch da. Ja, ja, ja. Drei. Wieder hoch. So ist gut. Eins. Sehr schön. Ich bin zwar ein paar Meter zurückgefallen, aber... Dieses Spiel macht mich nervös. Ja. So ist gut. So, super. So war schön. Und nochmal. Na, na. Komm. So ist gut. So ist sehr schön. Ich glaube, ich sehe schon... Ne, ich dachte, ich sehe den Stecker vom Heizlifter. Sehe ich aber nicht. Dann, ah. Tut mir leid, aber ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei Mission Impossible. Ich kann nicht erklären, wieso. Das ist dieses an der Wand. Keine Ahnung, warum ich das mit Mission Impossible, einem Film, den ich quasi... Ich glaube, ich habe nur den ersten Teil gesehen. Und da auch nicht mal richtig... Ah. Nein. 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 Bitte. Wieso ist das Toast eigentlich so geknickt? Warte. Eins. Zwei. Ja, war doch richtig. Fall jetzt. Oh, scheiße. Ah. Zwei. Und jetzt fallen. Ja. Warte. Fall. Verarsch du mich? Ah. Warte. Vier. Ah. Oh. Oh. Scheiße. Ja, warte. War richtig. Zwei. Na. Weiter. Ja. Immer bei der Zwei hängt er, oder? So. Jetzt vier. Sehr schön. Drei. Eins. Ja. Gut. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Wie stehst du denn gerade? Ich müsste an sich auch mal die Kamera drehen. Aber Hauptsache mein Toast steht. Gerade kam eine Überwachungskamera, deswegen musste ich so tun, als würde ich... Oh, fuck, 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 fuck. Zwei. Ja. Los. Mach. Richtig. Okay, da hinten kommt ein Katzenkorb. Und neben dem Katzenkorb war doch der Heizlüfter, oder? Ich glaube schon. Dann habe ich es ja quasi fast geschafft. Ja, so ist gut, so ist gut. Drei. Nein, 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 warte. Zwei. Mach. Geh jetzt da hoch. Drei. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Zwei. 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 Nein. Vier. Jetzt halt dich verdammt nochmal an der Wand. Blödes Mistding. Na. Ja, so ist gut. Schön an der Wand halten. Ja, und jetzt fallen. Ja, so ist gut. Vier. Da. Wand. Drei. Ich habe nur noch 25% Edibility. Also es ist noch essbar. Aber Betonung liegt auf noch. Nein, nein, du bleibst jetzt da. Und wenn es das Letzte ist, was du tust. Toll. Falsche Richtung. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Mach. Drei. Ah, los. Mach jetzt. Das Toast kämpft inzwischen gegen mich. Wir spielen irgendwie nicht mehr im gleichen Team, habe ich das Gefühl. Ja, gut. Sehr schön. Ja. Riskant, riskant, riskant. Ja, nein. Zwei. Komische Zwei, die du da hast. Nein, nein. Eins. Ja. Fallen lassen. Jetzt fall doch mal dahin, wo ich möchte, dass du hinfällst. Kamera drehen. Ich sehe den Heizlüfter. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Er ist in der Nähe. Okay. Vier. Nein! Okay. Okay. Ah, nein, nein, nein. Drei. Geh wieder hoch. Ja. Gut. Lass dich fallen. Eins. Sehr schön. Zwei. Ja, geh da rüber. Meinetwegen. Meinetwegen. Ah. Oh, fuck. Mach mal nochmal eins. Ja. Das halte ich an der Wand. Halte ich an der Wand. Okay. Alles oder nix. Alles oder nix. Warte, warte. Ah, das war gut. Das war gut. Oh, das nicht. Zwei. Ja. Ja. Und, und. Drei. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Mein Grip lässt nach. Oh. Zwei. Und. Eins. Ja. Ich bin auf dem Heizlüfter. Ich bin auf dem Heizlüfter. Neben einem roten Knopf. Und was sagt man? Rote Knöpfe. Was haben wir schon bei Mimiron gelernt? Don't press the red button. Um. Oh Gott. Ja. Das war gut. Ja. Refer운. Hmm. Ja.